ja leute jetzt willkommen zu einem neuen video es geht wir machen heute mal was neues und zwar machen wir einfach mal case opening auf gomme ja ich kaufe mir gleich tickets und so und halt kisten und dann werden wir mit den coins ich hab mal was versuchen so nice ist rauszuholen ich weiß ich muss gucken wie viel coins jetzt ausgeben werde aber wir gucken einfach mal oh mein gott erst mal machen ich habe erfolgreich abgestimmt krieg ich jetzt mal oder ok ich mache einfach mal mit e und ich lege gerade weil ich gerade das hochladen was könnte ich denn gerade hochladen okay ich guck mal wie viele kisten wir kaufen ich würde sagen wir machen erstmal eine bar ich weiß wie soll ich das durchlaufen lassen oder nein nein man hey man das war so close man bitte die 10.000 haben wir die kiste quasi zurückbekommen nein man muss ich doch verarschen ok ich glaube ich lasse durchlaufen das macht es viel spannender und intens wo bin ich habe jetzt schon mal das sieht dort echt schlecht aus wie uns aber egal ich gebe die hoffnung nicht auf vielleicht sich wieder krassen youtuber bitte bitte nein 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 ich hatte einen mod bekommen geistlicher was das ist ein pet ah lol nice okay nein doch mc expert man man komm schon bitte bitte bleib stehen nein 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 Hey Joke, ich hab dich zweimal gesehen! Jo, wie ehrenlos! Ey, Mann! Das ist so ehrenlos! Was ist mit dem Joker-Kopf los, Alter? Wenn wenigstens... Oha! Ja! Komm schon! Irgendwas hier! Ich hab nicht mehr... Oh mein Gott! Uh, 10.000 Pfeil, das kann ich halt machen. Bestimmt so... In der Community abspielen lassen, so. Wär schon nice, ich bin ehrlich. Komm, 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 komm! Bitte kein Pferd, bitte! Nein! Junge, das Pferd war unnumal nice, ich schwöre! Ah, Junge, jetzt kriegt's nichts krasses! Einfach Melonen, Junge! Einfach Melonen! Einfach Melonen! Oh, nein! Was ist das? Nein! 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 Komm, bitte! Bitte! Komm! Nein! Oh mein Gott, du willst dich doch verarschen! Junge, das ist so'n Witz! Das ist so'n Witz! Junge, alles rigged! Bitte, bitte! Junge! Gönn wenigstens diesen Fallschirm oder so! Oder ist Ghostboot! Oh, nice, Alter! Warte, hab ich die schon gehabt! Ah, ich hab keine Ahnung, ob ich die schon hatte, warte! Boots! Hm... Nein, ich hatte die schon! Man! Noch ne Bar! Lecker! Nein! Wow! Ja, der bleibt einfach stehen! Was denn jetzt los? Nein, ich will das Hasending haben! Oder ist das ein Kit? Ah, das sieht nach nem Kit aus, gar nicht! Oh, bitte! Bitte! Nein! Das wird nicht! Oh mein Gott, Mann! Ich hab das schon! Mann! Es ist doch'n Witz! Gönn! Gönn! Junge, du willst... Ach! Ja, 5000 Coins ist jetzt nicht komplett scheiße, aber... Maaan! Ja, was könnte das werden? Wie viel Musik? Oh! Bitte! 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 Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ihr Dreckigen, Alter! Wie wir... Hä? Mann! Manchmal bleibt's stehen, so instant, aber manchmal geht's noch viel weiter! Warum, Mann? Warum? Das ist doch voll die Kacke, Alter! Ich höre! Was ist das? Ja, was kann ich damit mehr machen? Wow! Ha! Einfach'n Schaf! Nur wenn ich jetzt nichts krasses ziehe, ne? Dann schwöre ich! Bitte! Gönn doch! Gönn! 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 Junge, die gehen am Bauch alle weg, Mann! Junge, dreckiges Ferkel, das will keiner haben! Okay, noch drei Kisten, Jungs! Gönn Feder! Junge! 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 Wäre schon nice so, ich bin ehrlich. Einfach ein Pokéball, was? Hä? Nein! Junge Mann! Ey, Mann, ist das Scam, Alter. Ist das Scam? Junge, ist das alles Scam? Was ist Scam? Egal, ich gehe jetzt einfach... Ich will die CD ausprobieren. Also die Katzen-CD. Ich werde die sowas von probieren. Nee, die funktioniert jetzt nicht, dann schwöre ich bei Gott. Was hätte ich denn damit mal anfangen können? Obwohl, warte mal. Das kann halt echt sein, dass ich einfach nur in der Lobby abspielen kann, aber... Warum würde ich in der Lobby Musik hören wollen? Ich möchte ja hier in der Community feiern, so, you know. Oh, holy shit. Nein, das ist glaube ich wirklich nicht hier. Fick de Scheiße! Bitte! Sag mir jetzt nicht, ich kann das hier in der Lobby abspielen. Und was passiert jetzt? Hallo! Junge, er pisst dich. Mann! Hey, Mann! Hä? Hä? What the fuck? Nein! Der hat das Falsche gemacht! Oh mein Gott! Das Cape wollte ich gar nicht auf diesem Account haben. Fuuuuck! Fua! Fua! Ha! Herr Ant- Untertitelung des ZDF, 2020